Der Universal-Zweiarmabzieher hat eine Spannweite von 80 bis 220 Millimetern, hat eine Spanntiefe von 190 Millimetern und die Arme sind verstellbar. Das heißt, ich kann sie natürlich klar im Durchmesser verstellen, aber auch in der Armlänge, indem ich ganz einfach diese zweite Bohrung nutze, einmal um den Arm zu verlängern, beziehungsweise wenn ich den kompletten Arm herumdrehe, kann ich darüber meinen Spannarm verkürzen.